Die Parteienlandschaft ist bunter geworden. Die Farbe orange ist dazu gekommen. Das ist die Piratenpartei. Bei der Wahl zum Berliner Abgeordnetenhaus hat sie 8,9 Prozent der Stimmen erreicht hier in der Hauptstadt. Und das heißt, sie kam mit 15 Abgeordneten hier in den Senat. Wenn im Bundestag, wenn der jetzt plötzlich neu gewählt werden müsste, dann sagt man ihnen bundesweit auch 8 Prozent voraus. Dann hätten die Piraten aber ein Problem. Dennoch haben sie nicht auf alle Fragen eine Antwort und auch noch nicht so ganz das gehörige Personal dazu. Dann müsste vielleicht hier unser Gast aufrücken in den Bundestag. Herzlich willkommen, Christopher Lauer. Grüße Sie. Sie sind auch gewählt in das Berliner Abgeordnetenhaus. Und seitdem sind die Piraten jetzt wirklich in aller Munde und alle schauen auf Sie. Haben Sie sich schon ein bisschen an den Erfolg gewöhnt? Nö. Sollte man sich, glaube ich, auch nicht dran gewöhnen. Ich denke, das, was jetzt hier passiert ist, ist eine ziemlich einweilige historische Situation gerade. Und jetzt müssen wir, glaube ich, diese Vorschusslorbeeren, die wir bekommen haben, dieses Vertrauen, müssen wir dann halt auch in gute Arbeit umsetzen. Also gewöhnen sollte man sich da aber nicht dran. Und wie muss ich mir das jetzt konkret vorstellen? Sie sind ja erst mal eine kleine Organisation gewesen, zwar bundesweit schon organisiert und organisieren sich auch vor allen Dingen übers Netz. Wie läuft das seit Ihrem Wahlerfolg jetzt hier in Berlin? Ja, also wir haben in Berlin tatsächlich das interessante Problem, dass im Grunde genommen alle aktiven Mitglieder des Berliner Landesverbandes jetzt irgendein Mandat haben. Also entweder im Abgeordnetenhaus oder in der BVV. Genau. Gleichzeitig ist aber jetzt auch unsere Mitgliederzahl wieder explodiert. Wir haben von vor der Wahl so 800, 900 Mitglieder, jetzt 1.500 Mitglieder in Berlin. Und bundesweit so 13.000, 15.000 jetzt. Also es steigt gerade wieder an. Das heißt, es kommen viele neue Leute nach. Und es wird jetzt, denke ich, die große Aufgabe sein, diese Leute zu integrieren in die Strukturen der Partei. Ja. Jetzt gab es ganz am Anfang ein bisschen Diskussionen auch, weil ja Transparenz das Stichwort ist, wo Sie sagen, wir wollen alles irgendwie ins Netz stellen. Die Leute sollen beteiligt sein. Wir wollen das nicht im Hinterzimmer. Funktioniert das? Das funktioniert, wenn man sich darüber Gedanken macht, was Transparenz in dem konkreten Fall bedeutet. Man darf es sich nicht zu einfach machen und Transparenz immer als so einen diskreten Zustand betrachten. Also Entschuldigung für das Wort. Also als einen Zustand, ja, Transparenz ja oder Transparenz nein. Nein, weil dann komme ich ganz schnell in so Situationen, wo meine Ideale und meine Prinzipien in Frage gestellt werden, weil ich nicht mehr in der Lage bin, sie aufrechtzuerhalten. Und dann sage ich im Zweifelsfall, nee, das schmeiße ich jetzt über Bord. Das heißt, konkreter Fall, zum Beispiel bei Personalentscheidungen. Da ist es total wichtig, wenn wir zum Beispiel auch in der Fraktion einfach mal die Gelegenheit haben, in dem Moment, in dem es um eine Personalentscheidung geht, hinter verschlossenen Türen zu tagen. Das bedeutet aber nicht, dass wir dann dort im Kämmerlein irgendwie den Untergang des Abendlandes planen oder so, sondern wir reden einfach offen damit. Und Transparenz in diesem... Aber dann machen Sie doch schon einen Kompromiss wieder. Nee, das ist kein Kompromiss an der Stelle, weil ich bin danach ja trotzdem noch in der Lage, die Entscheidungen, die dort getroffen worden sind, so zusammenzufassen, dass jemand, der nicht dabei war, nachvollziehen kann, was dort passiert ist. Ist das jetzt so entschieden oder ist das nur Ihre Meinung? Nö, wir haben jetzt in unserer Satzung für die Fraktion, haben wir das ja drin, dass wir auch nicht öffentlich tagen können. Und ich finde es auch gut, dass wir mit unseren sehr radikalen und sehr absoluten Forderungen jetzt im parlamentarischen Alltag quasi mit der Realität konfrontiert werden. Und mir persönlich ist es sehr wichtig, dass wir dann halt auch sehr intensiv darüber diskutieren, weil ich möchte nicht, dass uns so etwas passiert, wie zum Beispiel den Grünen damals, die immer gesagt haben, wir wollen Frieden, wir wollen Frieden und nie Krieg. Dann kamen Sie in die Situation, wo anscheinend nicht darüber diskutiert worden ist, unter welchen Bedingungen könnte man Krieg führen, ist natürlich auch eine unpopuläre Diskussion. Und genau an dem Punkt, wo dann die Entscheidung getroffen werden muss, wo die Ideale angegriffen werden, siegen dann diese sogenannten parlamentarischen Zwänge, aber weil man sich vorher nie darüber unterhalten hat. Wo sind denn Ihre Ideale? Oder was sind Ihre Ideale? Meine persönlichen oder Piratenpartei? Die persönlichen und die Sie ja praktisch, sonst wären Sie ja nicht in der Piratenpartei, wenn Sie nicht denken würden, dass Sie die da auch umsetzen können. Ja, also, was mich sehr geprägt hat, ich hole jetzt aus, war dieses Auslandsjahr in China. Und das war eine sehr bizarre Situation, weil ich auf der einen Seite, das war in Hangzhou, Nach seinem Abitur haben Sie das gemacht? Nein, während des Studiums jetzt nicht. Es ist eine der reichsten Städte Chinas, mehr Porsche Cayennes auf der Straße als im Frenzlauer Berg und trotzdem eine sehr große Armut. Und das funktioniert irgendwie alles und es ist halt ein total brutaler Überwachungsstaat und brutaler Kapitalismus, alles irgendwie zusammen. Und da habe ich mir gesagt, okay, in Deutschland möchte ich sowas nicht haben. Also so tatsächlich wäre den Anfängen. Ich glaube, das ist ein sehr idealistisches Ziel, denke ich, auch der Piratenpartei, dass wir sagen, wir wollen in einer freien, in einer offenen Gesellschaft leben, die es sich auch an vielen Stellen vielleicht schwieriger macht, als man es sich machen könnte. Aber weil uns halt eben Freiheit, es wird ja auch oft benutzt als Passwort, aber weil uns halt eine freie, offene Gesellschaft irgendwie sehr am Herzen liegt. Also so grob umschrieben. Haben Sie sich auch bei anderen Parteien umgeguckt? Nein. Das hat mich nicht gereizt. Also Sie wollten schon dann jetzt selbst aktiv werden da? Ja, also ich persönlich bin von meiner Art schon so, dass wenn ich irgendwo dabei bin, ich das dann schon irgendwie richtig machen möchte und sehr aktiv sein möchte. Seit 2009, seit ich bei den Piraten bin, habe ich das irgendwie 20 bis 60 Stunden die Woche gemacht. Und andere Parteien waren halt von daher nicht reizvoll, weil ich so das Gefühl hatte, in diesen festgefahrenen Strukturen, die es da gibt, hat man es sehr schwierig mit seinen Ideen, vor allen Dingen, wenn sie so ein bisschen progressiver sind, sich in irgendeiner Form durchzusetzen. Was denken Sie, was macht das aus, dass Sie so einen Zuspruch haben? Was ist das, was die Leute gut finden bei Ihnen? Also ich glaube einmal diese Unbeholfenheit und diese Authentizität, dass man halt denkt, dass man Leute hat, die tatsächlich sagen, okay, ich habe keine Ahnung, ich weiß es nicht. Aber wir werden uns jetzt Mühe geben, uns da reinzuarbeiten. Das kann man auch erwarten. Das ist gleichzeitig eine große Verantwortung. Aber eigentlich will ich da von einem Politiker auch eine Antwort haben. Ich will ja nicht nur Fragen haben, oder? Nö, wir haben ja auch Antworten zu gewissen Themen, aber wir haben halt selber auch viele Fragen. Und wir nehmen das ja mit der Bürgerbeteiligung auch sehr ernst. Also wir wollen, wir haben ja dieses Liquid Democracy Programm, Liquid Feedback. Und das wäre ja die technische Möglichkeit, über das Internet möglichst viele Bürger an Entscheidungsprozessen teilzuhaben, sich die Ideen zu holen. Aber machen wir es mal konkret. Zum Beispiel Thema Euro-Rettung. Da sagte der Bundesvorsitzende Sebastian Merz letzte Woche bei der Bundespressekonferenz hier in Berlin, hat er gesagt, da will ich mich nicht zu äußern. Da kann ich Ihnen vielleicht meine Privatmeinung zu sagen, aber als Bundesvorsitzender will ich mich da nicht zu äußern. Da haben viele Journalistenkollegen gesagt, das ist aber merkwürdig. Eigentlich müsste der doch eigentlich mal eine Antwort haben. Ja, warum? Also tatsächlich warum? Also das interessiert mich jetzt, warum man jetzt von der Piratenpartei, die bis vor ein paar Wochen bei 2, irgendwas oder noch niedriger stand, warum man jetzt von uns erwartet, dass wir ein Konzept zur Euro-Rettung haben. Ja, vielleicht nicht unbedingt ein Konzept, aber doch eine Meinung. Wenn man jetzt mitmachen will, wenn man sich so bei der Bundestagswahl zur Wahl stellen möchte, dann möchte ich als Wähler doch wissen, wenn die da sitzen, was entscheiden die denn dann? Retten die den Euro oder retten die den... Ja, wie hätten Sie jetzt abgestimmt, letzte Woche, vor zwei Wochen? Also meine persönliche Meinung an der Stelle ist, ich glaube, wir sind alle schon Europäer und finden das auch alle sehr wichtig, dass es Europa gibt und da gehört der Euro halt dazu. Aber... Das unterschreiben ja alle Abgeordneten im Deutschen Bundestag. Wir haben trotzdem welche dagegen gestimmt. Also Sie müssen doch... Oder wie wollen Sie jetzt vorgehen? Sie müssen doch sich jetzt eine Meinung bilden dazu. Ja, und das können wir, wie gesagt, über Liquid Feedback in unserer Partei, das haben wir auch auf Bundesebene, abbilden. Dann erklären Sie mal Liquid Feedback, weil das ist ein Begriff, den sicherlich nicht jeder kennt. Okay, das kann man sich so vorstellen wie so ein Social Network, wie so ein Facebook. Jeder hat nur einen Account und zwar jeder in der Piratenpartei. Das waren jetzt schon so viele Fremdenworte. Ja, das tut mir leid. Und es gibt auch eine Menge ältere Zuschauer im Westdeutschland-Rundfunk. Ja, was ich will, was ich will, ich stelle bei uns mal ernst drum. Also, Liquid Feedback, flüssige Demokratie, ist der Versuch, eine repräsentative Demokratie, also das, was wir jetzt haben, ich wähle Repräsentanten, und eine direkte Demokratie ineinander übergehen zu lassen. Das heißt, Leute können sich dort anmelden, auf einer Internetseite, über den Browser, auf dem Computer, und dann können die über die Tastatur dort Texte eingeben, wie zum Beispiel auch bei der Wikipedia. Ich glaube, die Wikipedia kennen ja die meisten. Also Kommentare und Ihre Meinungen? Ja, es ist ein sehr striktes System. Wir haben da nicht so Diskussionen, wie man das vielleicht aus irgendwelchen Foren oder sonst was kennt, sondern ich schreibe da irgendwas rein. Also Sie schreiben zum Beispiel, Griechenland sollte in die Insolvenz gehen. Genau. Und dann können sich Leute... Also ich werde das natürlich nicht reinschreiben, da muss ich jetzt aufpassen. Ja, okay, nein, also es würde jemand schreiben, Griechenland soll in die Insolvenz gehen, und dann versucht man ein Meinungsbild zu bekommen. Und dann schreibe ich rein, als Alternative, und diese Alternativen stehen gleichberechtigt nebeneinander, also auch auf dieser Seite, Griechenland, da sollen wir den Euro retten. Und dann kann ich eine beliebig lange oder beliebig kurze Begründung reinschreiben bei Liquid Feedback, und ich sehe sofort, anhand so lustiger grüner Balken, wie die Zustimmung da ist. Also wie viele Leute das unterstützen. Ich habe mir das natürlich auch angeguckt, und das ist für jemanden, der sich ja noch nicht so mit dem Computer auskennt, nicht so ganz einfach. Ja. Das heißt, Sie schließen schon ein paar Leute aus. 77 Prozent in der Bundesrepublik haben Internetzugang, da gibt es aber auch noch 23 Prozent, die da nicht mitmachen können. Was machen Sie da? Ist auch nicht demokratisch, oder? Also 77 Prozent sind schon mal mehr als zur Bundestagswahl gehen, oder zum Beispiel jetzt hier zur Abgeordnetenhauswahl. Deswegen würde ich für mich persönlich sagen, ist schon mal eine Steigerung zu vorher. Es geht mir persönlich darum, dass man ein möglichst einfaches Angebot schafft, um daran teilzunehmen. Und das kann in meinen Augen auch bedeuten, dass man dann im Zweifelsfall, wenn man so ein System hätte, das nur übers Internet funktioniert, auch auf dem Amt einen Rechner hat oder jemanden, der einem dabei hilft. Und dann geht man hin und sagt, hier, ich kann nicht lesen, ich kann nicht schreiben, ich kann nicht so gut Deutsch, ich würde aber gerne hier irgendwas machen. So ein Angebot muss dann auf jeden Fall da sein. Es ist aber, und ich weiß, das kommt oft als Kritik, für mich jetzt kein hartes Argument, um zu sagen, wir lassen es jetzt komplett sein. Das Problem ist bewusst. Man muss wirklich ein so, man muss es so einfach gestalten, dass jetzt niemand aufgrund technischer Unkenntnis oder so zurückbleibt. Aber man muss gleichzeitig sagen, Leute, wenn ihr Bürgerbeteiligung wollt, wenn ihr selber mitmischen wollt im Staat, dann müsst ihr natürlich auch ein bisschen arbeiten. Also ganz für Umme gibt es das nicht. Aber Sie sind ja auch irgendwie sichtbar, Sie machen ja auch Aktionen und haben ja auch im Wahlkampf die ganz normalen Infostände gemacht. Ja, genau. Also das ist ja auch so sehr lustig, dass jetzt irgendwie alle denken, wir hätten irgendwie so ein tolles Ergebnis in Berlin, weil wir so eine super Webseite haben. Ich glaube, wir haben wahrscheinlich von allen Parteien verglichen, so von den Informationen, die man dort findet, die schlechteste Webseite gehabt. Wir standen nur die ganze Zeit auf der Straße. Und Sie haben auch gut plakatiert. Sie waren auch sichtbar. Waren aber auch nur 12.000 Plakate. Das ist das Lustige. Ihre Geschäftsführerin hat gesagt, wir sind im Grunde mehr so ein Betriebssystem und das Programm, das kommt dann irgendwie noch. Wie lange kann man nur ein Betriebssystem sein? Oder ist das wirklich so eine, ist das jetzt vorläufig oder sagen Sie, das ist eben so sind wir, werden wir auch immer sein? Ich glaube, es sind zwei Aspekte, die der Piratenpartei an der Stelle ganz wichtig sind. Einmal wollen wir natürlich unsere Themen reinbringen. Da sind wir sehr stark bei der Netzpolitik und wir erarbeiten uns so peu a peu in unserem Tempo andere Themen. Das muss man meiner Meinung nach uns auch zugestehen. Gleichzeitig, und ich denke, das ist der Teil mit dem Betriebssystem, geht es halt auch darum, den Stil, die Art, wie Politik gemacht wird, zu verändern. Und das ist einmal so etwas zum Beispiel wie das Liquid Feedback, was ich gerade beschrieben habe. Das ist aber auch zum Beispiel, dass man irgendwie sagt, okay, wir haben sehr viele Unterschiede in den Parteien. Wir haben aber auch gleichzeitig sehr viele Überschneidungen. Es wäre mal an der Zeit zu gucken, dass man vielleicht auch, wenn man in der Opposition ist und mit der Regierung, bei sachbezogenen Themen, wenn man sagt, wir sind uns da alle einig, dass man es dann auch einfach gemeinsam irgendwie beschließt. Also auch bei Sachen, wo es jetzt nicht nur um so etwas Spektakuläres wie die Rettung des Euros hängt. Aber jetzt machen wir es nochmal konkret weiter. Also es gibt jetzt eine Mehrheit, sagen wir mal, die dafür ist, den Griechen weiter Geld zu geben. Und jetzt sitzen in Ihrem Abgeordnetenhaus oder im Bundestag dann in dem Falle jetzt sagen wir mal 100 Abgeordnete und müssen die dann so entscheiden, wie die Mitglieder entschieden haben? Also dieses sogenannte imperative Mandat oder darf jeder entscheiden, wie er dann lustig ist? Es gibt ja kein imperatives Mandat aus gutem Grund. Auf der anderen Seite nehmen wir diese Sache mit der direkten Demokratie und dem Liquid Feedback oder Liquid Democracy sehr ernst. Das heißt, Abgeordnete, und das werden wir jetzt auch in Berlin erleben, werden doch sehr stark angehalten sein, sich an die Entscheidungen, die dort getroffen werden, zu halten. Oder, und das gestehe ich jedem Abgeordneten auch zu, ausführlich zu begründen, warum man sich nicht so entschieden hat, wie es sich zum Beispiel eine Partei oder jemand anders an der Stelle gewünscht hat. Aber das muss dann eine bessere Begründung sein als parlamentarische Zwänge oder so. Ja, aber trotzdem, das Problem ist ja, wenn Sie in dem Moment, wo Sie Mitglied des Parlaments sind, haben Sie genau die gleichen Zwänge wie alle anderen Parteien. Ja. Und wie wollen Sie dann noch diesen Anspruch behalten, wir sind eine andere, wir sind eine viel transparentere Partei, bei uns können alle mitmachen. Bei den Grünen hat man es mit der Basisdemokratie ja auch sehr ernst genommen. Ja. Also wie wollen Sie diesen Anspruch behalten? Also wäre es nicht sinnvoller, wenn Sie sagen würden, wir gehen gar nicht in die Parlamente, wir machen das irgendwie anders. Wieso wäre das sinnvoller? Ja, ist die Frage. Nö, ist nicht sinnvoller. Also ich kenne zum Beispiel Leute, die in Berlin, die sind jahrzehntelang im CCC aktiv gewesen. Das ist was? Chaos Computer Club. Entschuldigung. Das ist mein Fachdings. Also die waren im CCC aktiv, sind noch immer im CCC aktiv, sind jetzt auch in der Piratenpartei aktiv. Die sagen, die Sachen, die wir im CCC seit Jahren irgendwie gefordert haben, zum ersten Mal, seit die Piratenpartei mit den zwei Prozent bei der Bundestagswahl war, werden die auch von der Politik ernst genommen. Vorher waren wir da nur Bittsteller, jetzt bekommt unsere Meinung, unser Anliegen auch an alle Parteien dort irgendwie Gehalt. So, das heißt, die Währung in der Politik anscheinend funktioniert, sind Prozente und Prozente bewegen Positionen. Und deswegen steht das natürlich für uns, glaube ich, nicht mehr zur Debatte, dass wir jetzt eine außerparlamentarische Opposition irgendwie organisieren in irgendeiner Form. Denn, und das merke ich ja selber, ich habe zwei Jahre lang im Grunde genommen dieselben Dinge gesagt. Vor zwei Jahren hätte ich zum Beispiel nicht hier gesessen, aufgrund mangelnder Relevanz. So, jetzt haben wir 8,9 Prozent in Berlin, das gibt uns Relevanz. Und nochmal zu dem Thema parlamentarische Zwänge und ich glaube, wir müssen offen damit umgehen. Wir müssen auch offen, und das ist ja auch diese Sache, die wir in der Pressekonferenz direkt nach der Wahl gesagt haben, diese Blackbox-Parlament, dass man nicht versteht, was da eigentlich passiert, lüften. Bitte, Entschuldigung. Aber versuchen wir es nochmal mit den, wenn Sie jetzt in, also Berlin kann ja jetzt so ein Testlauf werden. Wo gibt es Punkte, wo Sie sagen, also Sie haben ja gesagt, bedingungsloses Grundeinkommen, Sie wollen freie Fahrt hier für den öffentlichen Nahverkehr. An welchen Sachen wollen Sie sich messen lassen, an welchem Erfolg? Das ist eine gute Frage. Das ist eine gute Frage. Ich glaube, also ich für mich persönlich möchte halt einfach nach fünf Jahren sagen, okay, ich habe für mich ordentlich gearbeitet, besten Wissens und Gewissens. Ich glaube, wir müssen, wie gesagt, diesen Anspruch, den wir dort erhoben haben mit der Transparenz, mit dem Parlament erklären, dem müssen wir gerecht werden. Aber auf der anderen Seite ist mir natürlich auch klar, dass wir mit 8,9 Prozent, jetzt wahrscheinlich als Oppositionspartei, wir werden nicht in Fundamentalopposition gehen, aber natürlich die Möglichkeiten, das, was in unserem Programm jetzt steht, tatsächlich auch in die Tat umzusetzen, ist geringer, als wenn wir in der Regierung sind. Mit wem sehen Sie da Ihre größten Schnittmengen, mit welcher Partei? Da arbeiten wir im Moment gerade dran. Ich habe da so ein Wiki aufgesetzt, dass wir mal die Programme miteinander vergleichen. Ich denke, wir werden jetzt, wenn wir die Situation in Berlin haben, werden, dass wir möglicherweise rot-schwarz bekommen. Werden wir uns auf jeden Fall mit allen Parteien gerne zusammensetzen und gucken, wo sind da Schnittmengen, was kann man irgendwie gemeinsam umsetzen. Die Grünen waren ja ganz offen und haben gesagt, herzlich willkommen. Sehen Sie da, ist das eine Partei, weil die auch, so ähnliche Anfänge vielleicht hat er, wo Sie sagen, mit denen, da ist es irgendwie, das funktioniert jetzt am einfachsten? Weiß ich nicht. Es gibt, glaube ich, viele Sachen bei den Grünen, wo wir sagen, nee, das finden wir nicht so toll. Es gibt aber wahrscheinlich auch viele Überschneidungen. Ich denke, man muss dann im Parlament irgendwie gucken, inwieweit wir da bereit sind, zusammenzuarbeiten. Es wäre auf jeden Fall aber sinnvoller, wenn man sich da in irgendeiner Form gemeinsam organisiert, als wenn jeder da für sich alleine irgendwas macht. Sie selber wollten ja auch Bundesvorsitzender werden, sind aber unterlegen. Und Fraktionsvorsitzender sind Sie auch nicht geworden. Jetzt haben manche irgendwie, wenn man das so Bericht über Sie liest, dass Sie eben ein bisschen zu selbstdarstellerisch waren. Ist das was, was keinen Platz hat in der Piratenpartei? Ja. Und finden Sie es gut? Muss ich mit leben. Also ich meine, das ist ja jetzt eine sehr persönliche Frage, aber es guckt uns ja, wir sind ja hier unter uns. Das ist hart. Dass es persönlich ist, ist das kein angenehmes Gefühl. Was mich am meisten ärgert, ist, dass ich anscheinend tatsächlich nicht in der Lage bin, zu transportieren. Warum das meiner Meinung nach auch gut sein könnte für eine gesamte Partei, also für die Piratenpartei, wenn ich eine solche Position bekleide? Ja, das erdet. Ich muss damit leben. Auf der anderen Seite gibt es dadurch natürlich auch eine gewisse Narrenfreiheit, weil ich meine, so Ämter binden natürlich auch. Das stimmt. Und ich meine, Sie sind ja erst am Anfang der Piratenpartei, da kann ja noch was kommen. Ja. Es kommen nicht so viele Frauen zu Ihnen. Also von den 15 Abgeordneten ist eine Frau. Und auch bundesweit sieht es da nicht so gut aus. Warum haben die Frauen keine Lust auf die Piratenpartei? Das ist eine gute Frage. Also wir dürfen es uns da tatsächlich nicht zu einfach machen. Wir sagen immer so, ja, bei uns ist alles gleich und jeder kann mitmachen. Und es ist auch tatsächlich so, das kann ich jetzt aus eigener Erfahrung sagen, wenn denn dann Frauen kandidiert haben an irgendeiner Stelle, dann wurden sie aufgrund der Tatsache, dass sie eine Frau sind, bevorzugt. Das kann ich so aus Erfahrung sagen. Das ist doch nicht alles gleich, ne? Genau. Und das heißt, es sind verschiedene Probleme. Ich glaube, erstens ist das natürlich ein heerer Anspruch und den sollten wir auch weiter vorführen zu sagen, alles gleich. Wir haben da ein sehr ausdifferenziertes Familien- und Geschlechterprogramm und es gibt tatsächlich auch sehr viele Mitglieder in der Partei, die für sich persönlich tatsächlich sagen, das Geschlecht spielt bei mir keine große Rolle. Wenn ich mir jetzt aber, da muss man nur in einen Zeitschriftenladen gehen, die Covers von Zeitschriften angucke, dann denke ich, ist klar, wo das gesamtgesellschaftliche Problem ist. Wenn ich mir Werbung, weiß ich nicht, Legotechnik... Aber warum versuchen Sie nicht, Frauen zu fördern? Warum versuchen Sie nicht, Frauen zu fördern? Ich denke, das wird jetzt kommen, tatsächlich. Und das sage ich auch, das habe ich auch jetzt immer seit der Wahl gesagt, das sage ich ganz offen, wenn wir zur Bundestagswahl, wenn wir jetzt auch zur nächsten Wahl in Berlin Listen aufstellen, die nur aus Männern besteht, dann haben wir tatsächlich das Problem. Und dann können Sie uns auch, also nicht nur Sie, sondern damit meine ich jetzt die Medien allgemein, können Sie nach Belieben draufhauen, weil das ist tatsächlich ein Zustand... Aber gibt es irgendwie eine Erklärung, dass Sie sagen, irgendwas schreckt die Frauen ab? Oder sind die nicht computeraffine? Oder woran liegt das jetzt? Ich glaube, das sind halt Prozesse, die Piratenpartei war ja, und das muss man ja auch ganz offen sagen, oder ist noch immer für viele Leute eine Nischenpartei. Das heißt, die Leute, die sich dort rekrutieren, kommen dort auch vor allem über persönliche Kontakte. Und wenn dieser Haufen Piratenpartei jetzt von einem Haufen Nerds gegründet wird... Die keine Freundinnen haben? Doch, viele von denen haben eine Freundin. Aber, oder einen Freund. Also wenn viele von denen... Man geht nicht aktiv, also wir sind nicht aktiv auf Männer zugegangen, wir sind nicht aktiv auf Frauen zugegangen, wir gehen eigentlich auf niemanden aktiv zu in der Mitgliederwärmung. Wir haben auch keine Förderprogramme. Aber es ist eine bestimmte gesellschaftliche Gruppe. Aus der rekrutiert sich das. Wir haben Frauen in der Partei, die aktiv sind. Was ich persönlich auch noch als Problem zum Beispiel sehe, ist zum Beispiel das Thema Migranten, gerade in so einer Stadt wie Berlin. Da müssen wir, sage ich ganz offen, dicke Bretter bohren. Aber man muss uns auch als Partei jetzt einfach mal glauben, dass wir dort auf jeden Fall ein Problem, nenne ich es jetzt einfach mal, sehen. Ein Problembewusstsein ist da. Und Sie brauchen da noch ein bisschen Zeit. Und wir brauchen Zeit. Weil, das kann ich ganz kurz sagen, wir könnten ja eins zu eins die Regelung zum Beispiel der Grünen übernehmen. Und dann hätten wir dieses, nee, wurde nicht bei uns erfunden. Dann würden die Leute sagen, nee, machen wir nicht. Eigentlich wollte ich mit Ihnen noch über diese Trojaner reden, aber das schaffen wir jetzt schon nicht mehr. Sie sind furchtbar. Möchte ich hier noch im deutschen Fernsehen sagen, sie sind furchtbar, gehen gar nicht. Ja, aber sogar der bayerische Innenminister hat ja schon gestoppt. Also das sind ja auch Stimmen, da werden Sie ja gehört, ganz klar. Zu dem Punkt, da wird Ihnen ja doch irgendwie Kompetenz... Sie haben es aber trotzdem gemacht. Also ich finde es ganz furchtbar. Nochmal ganz klar, es geht nicht, man darf es nicht machen, man sollte es nie machen. Und das ist ein Skandal. Okay. Letzten 20 Sekunden. Ja. Zukunft der Piratenpartei. Gut. Ja. Okay. Gut. Herr Lauer, vielen Dank für die Besuche. Ja, ich bedanke mich auch für das Herzlichste. Nächste Woche sitzt dann hier auch eine Politikerin, eine Frau hier, Gesine Lötzsch von den Linken über die Zukunft ihrer Partei. Bis dahin. Tschüss. 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 Tschüss.